Neurologische und psychische Störungen wie beispielsweise Demenz können zu Unruhe oder aufgeregtem Verhalten führen. Dies ist für die Betroffenen wie auch für das unmittelbare Umfeld sehr unangenehm. Es braucht oft viel Zeit und Mühe, um die Betroffenen wieder zu beruhigen. Internationale wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass durch Schaukelbewegungen diese Unruhezustände nachlassen oder sogar verschwinden können. Gezielte Untersuchungen an einer niederländischen Pflegeeinrichtung zeigen, dass sehr unruhige ältere Menschen mit Demenz mit der Slow-Motion-Schaukelbewegung in elektrisch verstellbaren Fitform-Sesseln beruhigt werden können. Darum hat Fitform Zen entwickelt. Ein Fitform-Sessel mit Zen ist für den Benutzer sehr einfach zu bedienen. Eine Pflegekraft kann bei der Bedienung des Sessels aus vier verschiedenen Nutzungsprofilen wählen, um den Sitzbedürfnissen des Benutzers optimal gerecht zu werden. Die Slow-Motion-Schaukelbewegung von Zen bietet zwei Geschwindigkeitsstufen, die ebenfalls eingestellt werden können. Eine ruhige Umgebung mit beruhigender Musik verstärkt und beschleunigt die Wirkung der Schaukelbewegung. Die Slow-Motion-Schaukelbewegung von Zen verhindert zudem auch Druckgeschwüre und Flüssigkeitsansammlungen in den Unterschenkeln. Zen von Fitform, denn Ihr Wohlbefinden ist unser Anliegen. Das heißt, einen